Die grösste Baustelle, die wir jetzt haben, ist der Bürokomplex in Zürich. Wir sind dort eigentlich das ganze Team schon seit fast einem Jahr. Ich habe hauptsächlich die Licht- und Storensteuerung gemacht, aber wir haben auch Heizung, Lüfte und Kälte, die wir dort machen. Ich war schon früh begeistert. Ich liege sie bei Animon-Radio auseinandergenommen. Das Swiss-Projekt MESCHNAG kann sehr individuell auf Kundenwünsche eingehen. Wir können alles so machen, wie sie es wollen. Und wir sind auch nicht an gewissen Technologien gefunden. Wir können frei wählen oder der Kunde kann uns sagen, was sie wollen. Und nach dem können wir ihre Wünsche erfüllen. Das Know-how von unserem Netzwerk ist natürlich sehr gross mit BKW-Building Solutions, die zusammen Erfahrungen teilen und austauschen können. Das ist ein sehr grosser Vorteil, den wir haben. Ich finde es natürlich schon cool, dass ich eine der wenigen Frauen auf der Baustelle bin. Es ist halt wirklich ein Männerdomäne. Wir müssen uns vielleicht manchmal etwas mehr anstrengen oder es ist schwerer für uns. Aber schlussendlich haben wir das genauso gut wie die Männer. Die Hörix ist eine ganz super Sportart, wo man Schlingen macht, wo man zum Beispiel an die Türen hängen kann oder in einen weiteren Parcours. Wenn man dann rausgeht und trainiert und den Kopf frei bekommt, dann ist man nachher viel positiver drauf. Dann kann man den ganzen Stress und den Alltag loswerden. Ich kann nicht sagen, dass man ein besseres Büro oder Baustellen gefällt. Und hier ist die Gebäudeautomation dann auch das Richtige. Es geht das eine nicht um das andere. Das ist perfekt zu uns. Mein Name ist Kim Meier. Ich bin Systemtechnikerin bei der SwissPro Automation AG. Ich bin Systemtechnikerin bei der Fuhlmos in der Industrie und der Welt in der Welt. Ich bin Systemtechnikerin bei der Fuhlm-K Texienkamer.